Hallo Achim, hier ist Nils Schumann. Ich habe gerade von dir ein Video zugespielt bekommen, in dem du ja angeblich einen 10km Weltrekord gelaufen bist. Das ist ja wirklich unglaublich in deinem Alter. Wie hast du das gemacht? Bist du da die 9km vor dem Fahrrad gefahren oder wie ist das zustande gekommen? Egal wie, du scheinst ja noch top 4 zu sein. Ich treffe mich am 29.06. mit dem Dieter Baumann, auch so ein Laufkomiker, in München zum Stadtlauf und werde dort gegen ihn in einer Challenge über die 10km Strecke antreten. Wir würden uns glaube ich beide sehr freuen, wenn du auch dazu kämpfst und uns einfach mal beweist, wie stichhaltig dein Weltrekord wirklich ist, was du wirklich drauf hast. Also bis dann.